Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Wir haben das Spiel gegen Mainz mit 3 zu 0 gewinnen können im Textmodus und spielen jetzt im Videotextmodus gegen Düsseldorf. Das heißt, wir nehmen unsere Rotation 1 V-Text. Da ist jetzt noch ein Spiel gesperrt, dann können wir den wieder rausnehmen. So, okay. Drei Nachrichten, Mannschaft der Woche. Horn, Katterbach und Meret. Wir haben gegen Düsseldorf 3 zu 0 gewonnen, die zweite. Sehr gut. Und T-Shirt ist verletzt, hat eine Gehirnerschütterung. Fünf Tage noch. Naja, müssen wir halt mal gucken. So. Golfspiel, jawohl. Handicap 20 ist auch sehr gut. Und dann geht es jetzt weiter. Ab in die Trainingshofe mit euch, Jungs. So. Hier wird noch eine Nachrichten. Jugendspieler entdeckt. Okay. Meret, Skiri und Soteldo haben hier. Sind stärker geworden. Das ist immer gut. Und, der Drechsler hat sein Trainingsziel erreicht. Aber Drechsler verkaufen wir ja. Dafür kommt hier der Show zurück. Aber erstmal da mal hier weiter trainieren. Und er macht mit langen Bällen weiter. So. Guter Junge. Weiter geht's. So. Wollen wir mal wieder golfen gehen. So. Weiter. Status ist abgeschlossen. Scouting ist abgeschlossen. Status. Scouting ist abgeschlossen. So. Und gucken wir mal. Jugendspieler erreicht Trainingsziel. Das ist schön. Ja. Ich musste leider feststellen, dass mein Video vorzeitig beendet wurde. Das habe ich gar nicht mitgekriegt beim Spielen. Ja. Die Kurzerassung ist, wir haben 3-0 gegen Düsseldorf gewonnen. Und spielen jetzt als nächstes. Äh. Ja. Gegen den nächsten Gegner. Weiß jetzt nicht gegen wen das war. Aber egal. Wollte euch nur Bescheid sagen. Tut mir echt leid. Aber anders wusste ich mir jetzt auch nicht zu helfen. Bis dann mal. Ciao, ciao. Ciao.